Hallo Musik! Oh, leck mir doch die Eifel. Ja, hey liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Tech It Light. Ja, ich bin heute zwar allein, aber nicht allein in der Skype-Konfi. Und zwar haben wir heute einen Kollegen mit dabei. Das ist dein Stichwort. Das Skype-Konfi wäre auch traurig. Ja, es stimmt. Ja, und zwar... Ja, wir spielen jetzt mal... Ich spiele jetzt mal ein bisschen Tech It. Ich weiß nicht, was er macht und... Ja... Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut, Leute. Ansonsten schlagt mir ins Gesicht. Ähm... Wie viel UU-Matte haben wir denn? Ah, sieben Stück. Das ist... Das ist schön. So, Leute. Achso, ich habe die Sounds mal ausgemacht am Anfang. Weil, äh... Hier war so ein Slime und da ging mir fiest auf den Sack. Der wird jetzt erstmal wahrscheinlich sterben. Was ist er denn? Komm her, wenn du ein Mann bist, du Spasti! Na gut nicht. Ja, und zwar wollte ich nämlich nochmal sagen, die Folge hier ist gerade ein bisschen ungeplant. Einfach aus dem Grund, da ich eigentlich gerade... mal eine Runde Quire 4 aufnehmen wollte. Hab dann aber gesehen, ja, hier Kamera ist leer, ey! Und da muss ich jetzt erstmal Kamera aufladen, ansonsten geht dir da nirgts. Ja. Haben wir heute auch noch was vor? Nun, was habe ich... Ah, da hinten ist der fette Slime. Martin, was machst du jetzt eigentlich gerade so? Ich reg mich über die Decke da auf. Achso, also wie immer. Ich muss die Musik bitte leiser mal, ansonsten hört man ihn kaum noch. Es ist ja schon Slime, ey. Achja, stimmt. Ich kann auch lauter reden. Ja. Nee, ich kann noch Skype lauter stellen. Ist ja nicht ganz so. So. So, wo haben wir ja denn? Skippe! Da. Achso, ich habe es jetzt leiser gestellt. Jetzt bist du 10% lauter. Was ist los? Ja. Was ist da los? Was ist da los? Wir haben heute so ein paar Hauptprojekte, würde ich sie mal nennen. Und zwar... Und zwar müssen wir bauen das Kamerreaktör. Ne Reaktör. Ja. Ne Reaktör kann man das machen. Nehme mir ist das ja, ich habe das ja letzte Folge so ein bisschen drastisch ja abgerissen. Kann man ja schon fast sagen. Weil es ja denselben Bug gegeben hat wie beim lieben Martin in seinem Projekt, in seinem Let's Play und das ist ein bisschen okay. Das ist nur ein Mal passiert. Wie, was? Mit der Leitung? Das ist nur das ein Mal passiert. So. Ich muss jetzt aber auch schon mal gucken. Ähm. Ich glaube... Hast du dich jetzt gemutet? Ich glaube ja. Hm. Ich glaube ich werde das mal alles umändern. Ups. So. Hm. Jetzt mache ich ja mal das ab. Ich habe nämlich gerade die Idee, dass ich das eigentlich alles... so. So. Und jetzt unter durchmachen könnte. Da brauche ich nicht so viel legen. So. Das ist dieses Supplier Pipe. Äh. Brauche ich jetzt erstmal Uran Zellen. Haben wir denn davon noch welche? Mist. Uranium. Ah, Mist. Wir haben ja kein Uran mehr. Scheiße. Martin, bist du noch da? Hm. So. Ah. Er schreibt. Ja. Warum schreibe ich ihn eigentlich? Warum schreibe ich ihn eigentlich? Ich könnte ihn ja eigentlich... Er hört mich ja trotzdem noch. Naja. Ist ja egal. Äh. Jetzt habe ich die Fackel weggemacht. Ja. So. Jetzt mache ich das nicht mehr alles unterirdisch. Ist nicht mehr um einiges praktischer. Da kann ich die Kabel nämlich gleich rüber zum Hauptlager legen. Ohne erst große Umwege hier reinzubauen. Ach stimmt. Hier muss ja diese Basic Pipe hin. Oh eip. Bin ich jetzt total bescheuert. Achso. Die haben wir ja noch gar nicht gebaut. Deswegen fehlte das da. So. Und jetzt. Hier. Na gut. Da muss ich dann aber nachher drüben nochmal gucken. Dann wird man das alles ja miteinander verbinden. Weil mit diesen Face Transport Pipes funktioniert das ja nicht so richtig. Beziehungsweise da buckt das ja ein bisschen rum. Mhm. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust. Ja. Da binden wir das eigentlich einfach mal hier an. Hier. Brauche ich dann zwar nochmal ein paar Basic Logistic Pipes. Aber die sind ja relativ schnell gemacht. Das muss dann da lang. Dürfte ja kein Problem sein. Hm. Ich muss jetzt erstmal kurz überlegen. Also auf jeden Fall brauchen wir erstmal eine Basic Logistic Pipe. Kann man eigentlich gleich ins Auto-Crafting reinmachen. Basic. Hallo. Es ist wieder da. So. Natürlich habe ich keine Basic Logistic Pipe mehr. Wieso auch? Ich wurde nicht gestört. Wurdest du gestört und du bist so gestört. Ja ich weiß, ich bin süß. Das war so klar, dass du das witzig hast. Warum gibt es da noch eine Vorder-AG? Tja. Kennst du mich doch? Warum habe ich das eigentlich auf Default hier? Weint um. So. Ähm. Eine Basic Logistic. Übrigens Leute, ich wollte eigentlich jetzt mal vor kurzem in Tagit mal einen Shader reinhauen. Aber ich habe es bis heute irgendwie immer noch nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu dumm dazu bin oder einfach irgendwie zu hässlich kann. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich habe es überhaupt nicht irgendwie hingekommen, aber das war ja nicht so. Diamond Time Zone. Hm. Ich frage einfach nicht. Äh. Oh Gott. Goldene Zahnräder. Alter. Ich kriege da Krebs wenn ich die Dinger sehe. Habe ich denn eigentlich noch solche Gear-Dinger da? Habe ich natürlich nicht. Wieso auch? So, Stöcke. Brauche ich 4. Und nochmal 4. Äh. Dann brauche ich noch Stein. Eisen. Gold. Übrigens. Ich werde... Achso, Diamant rauche ich ja nicht. Ich werde jetzt hier mal live für euch alle, für euch alle live eine Ankündigung machen. Und zwar wird wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht wie mein Gemütszustand dann ist. Aber wahrscheinlich wird... Ich weiß gar nicht in welcher Folge wir überhaupt sind. Ja, ich weiß. Ich bin schon wieder vom Thema abgekommen. Ist aber so eine... Achja. Äh. So eine typische Eigenschaft von mir, dass ich das immer mache. Immer. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich so sein, dass Tagit nach Folge 75 pausiert wird. Also ich werde das jetzt nicht sagen. Ja, ja. Äh. Pisst mich so übelst an. Ich tu das Tagit von meinem Rechner runterlöschen und die ganze Festplatte formatieren, wo das drauf war. Und einfach die ganze Welt löschen und alles. Nee. Also soweit lassen wir es mal nicht kommen. Ja, so einigermaßen. Aber ich brauche ja nochmal zwei von diesen verschissenen Kackarschgeburten. Warte mal. Achso, da bekommen wir Acht raus. Ach nicht. Ach komm, wir haben es doch, ne? War Hamster. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich nach Folge 75 pausiert werden. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt auch hier komplett zu Ende, sondern halt pausiert, wie ich schon leicht angedeutet habe. Jetzt muss ich jetzt mal wieder das Spiel reinfinden. Ui. Und das Schwägen. Da wir dann das neue Projekt kommen, haben wir ja schon erzählt. Nur das Witzige ist, wir haben bis jetzt noch keine, oder da ich ja eigentlich, beziehungsweise ich habe ja das Konzept des neuen Projekts aufgestellt, deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass ich derjenige bin, der das Projekt anführt. Erführer. Genau. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, auf jeden Fall wird es halt so sein, wie ich das schon vor einiger Zeit gesagt habe. Also ein Projekt, wo einfach jeder drauf spielen kann, ohne aufzunehmen oder mit aufnehmen, ist dann relativ egal. Und man muss auch nur alles aufnehmen, sondern man kann auch mal spielen ohne aufnehmen. 4 Glas. 8 Glas also. 8 Glas also. 8 Glas. Haben wir es noch. Was? Drogen naschen. Ach, Junge, Alter. Der Typ kriegt es denn da rein. Der kriegt es einfach nicht mehr hin. Ne, ich pack es echt nicht. Ich pack es nicht mehr. Nein. Achso, ich dachte. Darüber muss ich mich einschleifen. Ja. Genau, wir schläfern. Martin, nein. So, jetzt brauche ich noch ein paar Stecker. Abonnieren wir die. Ja. Übrigens, wenn euch das ankotzt, dass der Martin ja im Höll oder dass ja Leute einfach mal hier in TechEd mit dabei sind, obwohl die eigentlich ja gar nichts zu suchen haben, dann ... wie war es die letzte Folge? genau dann entweder ne das klingt jetzt falsch wenn ich das sag ne ne vergesst mann wer schreibt mich denn jetzt an ja ne vergesst einfach die letzten Sätze Wörter die ich gesagt hab das ne mann kannst du mal die Schnauze halten das ist der Jan genau alter mal bist du heute wieder gut drauf ne? ja bin ich alter nur die Ruhe ja ich hab's heute fast geschafft mir in der Schule meine Hände zu brechen nur weil ich mal so ne wie man das halt macht wenn seine Finger ein bisschen steif sind und dann mal so bissl ne ich könnt's jetzt in der Facecam zeigen die aber nicht an ist deswegen ja müsst ihr es euch vorstellen dabei hab ich mir fast meine Finger gebrochen weil es hat so geknackst dass ich schon gefühlt hab wie der eine durch meine andere Hand durchgestochen hat ja und das dürft ihr euch jetzt bildlich vorstellen ich kann übrigens noch was bricht seinen Finger und es splittert einfach 5 Meter weil die Teile weg genau ich kann übrigens noch ankündigen beziehungsweise sagen das hat nichts mit ankündigen zu tun ich weiß hier mach ich mal ein Portal hin und da ich weiß jetzt nicht was das für einen Sinn gemacht hat werdet ihr dann schon sehen ähm auf jeden Fall jetzt hab ich ihn Mann Martin lenkt mich doch nicht immer wieder ab du bist so ein schlimmes Kind ja doch du bist schlimm wir haben noch wir haben noch 28 Golden Transport Piepes cool ne was wollte ich denn jetzt sagen verdammt das musst du wissen boah Junge ey ist das eine scheiße mit dem Kurzzeitgedächtnis ja irgendwann falls ach ja stimmt 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 Mann sagt mir doch die eine Art hintereinander NEIN was ach so geht doch ach ist dicker dicker richtig nicht auf dicker ne ähm doch also ja ihr wisst schon ach jetzt bin ich mein Handy haha Läuft bei ihm ich bin jetzt nicht da ja nein nochmal kann man denn mehr da Handy aus nein oh oh schlechte Idee sehr schlechte Idee wie geil wo ist er wo ist er wo ist er da ist er jetzt ist er weg Mann so ein Schuss was hey wo ist er denn ist mich am hä 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 wo er denn ach der ist auf dem Baum cool bist du jetzt freut ihr nen Keks alter oh Raketenwurfe oh Rakete 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 nein wieser ist auf lol 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 Mann ich will den Enderman an der Portal kann nur ne Mann hat der Typ Probleme während ihm um Raketenwurfe nein ah ich hab gerade echt Probleme massiven Problemen doch er hat sich selbst in die Luft gesprengt warum benutze ich eigentlich nicht mehr mein Schwert was hat er an der Hand ne 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 ihr könnt mich abschießen Leute oder ganz ruhig ein Satz nach dem anderen so n waypoint add ja lass ich jetzt einfach so interessiert doch eh keine Sau so ich bin fast tot alter ich muss ja mal Penn gehen ansonsten kriegt ja nicht mehr Strom lasch oh 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 kann ich denn eigentlich auch? oh hast du keinen Strom mehr oh oh und noch ne Granate und noch ne Granate oh fuck oh fuck nimm nie nimm nie einen Creeper an die Portal Kanone alter pfff 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 ich hab gedacht da kann man den so nehmen und dann so durch die Gegend werfen machen wir funktionieren das nicht so richtig pf 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 die 이유 pf pf Wisst ihr, Leute? Das ist mir so egal. Das ist kaputt bei dem Typ. Nein, jetzt komm ich ja drüben rein. Ist jetzt egal. Was bei mir kaputt ist? Machst du einiges? Ja, bei dir ist alles kaputt. Ich war einfach vorbei. Was spielst du? Genau, trink erstmal. Immer noch Blacklight. Achso. Hattest du vor kurzem noch Ticket gespielt? Ich spielte nicht, nö. Achso. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt und jetzt... Ich hab mir nur die Skyblock Map besauft. Achso. Gut zu wissen. Alter, merkt ihr, dass kaum ist der Typ in irgendeiner Aufnahme bei mir mit drin, wird das so... So... Ja, ihr wisst was ich... Warum stoße ich jetzt auf das Kabel? Du hast in der einen Survival-Einfolge gesagt, er macht mir Konkurrenz. Das muss ich verhindern. Habe ich das gesagt? Ja, irgendjemand. Ich glaube, ja, das kann sein, dass ich das war. Ja. Einig egal. So, ne. Ich treff das, ich treff das, ich treff das, ich treff da, tra, 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 tra. Ja, Alter. Wenn ich an früher denke. Jawoll. An früher. Niveauvolle Begleitung. Auch nicht mehr. Tja. Bisschen flöten gegangen. Bisschen. Bisschen. Oh, da ist Kopfer. Ja, das lasse ich mir doch nicht gehen. Bisschen. In den letzten drei Folgen werden wir doch eh noch so ein High-Volt. High-Voltz-Solar-Panel bauen und uns eine voll vollständige Power-Armor-Dings-Booms bauen und bauen zehn Atombomben und tun die dann in die Luft fliegen lassen. Wolltest du noch eine Quantum bauen, oder? Eigentlich ja, aber das wär ich eh nicht mal schauen. Hallo! Warum kann ich das nicht setzen? Ach, weil das Portal hier ist. Cool. Ist das gay. Ja, cool. Ich fall natürlich genau durch. Mann! Keine Ahnung. Mann, ich will... Ey, du willst mich doch jetzt total verklossen, ey. Alter, es gibt den die Muschi. So. Verdammte Scheiße. Ja, ich hab Probleme, frag einfach nicht. Ich frag doch gar nichts. Ja, ich tue es schon vorsorgend sagen. Ach, halt die Fresse, du hässlicher Zombie. Was hat der für ein Sturmgewehr? Boah. Jetzt ist das leer. Dann braucht auf dem Sturmgewehr kein 8-fach Zoom. Das ist doch nur noch sinnlos. So. Ach, ich frag einfach nicht. Ja, einfach. Das ist so ein Lebensmotto von mir, weißt du das? Einfach nicht fragen. Ja. Machst du das in der Schule auch so? Ja. Ne. Beziehungsweise ich frag dann immer die dummen Lehrer, die einfach nichts wissen. Was? Egal. Okay. Ich hab mich gekillt und das an der Giftgranate gestoppt. Ja, ich hab grad was getrunken. Ich glaub, ich spiel nachher auch noch mal ne Runde Blacklight. Ach ne, ich lad ja hoch! Ich hab ja sonst ganz da nichts zu tun. Ach ne, dauert ja eh nur noch 22 Minuten. Deswegen ist deine Tonqualität so abgefuckt. Das kann sein. Geil. Läuft bei mir. Ich denk mir nur die ganze Zeit, warum ist deine Tonqualität so? Ne, weißt du worum? Und das habe ich erst vor 10 Minuten und das angefangen was für mein Handy runter. Hier wird ein PC-Spiel sein, denke ich. Ja, genau. So siehst du aus. Ey, wer da zum Betracht die Tür ein? Ey, ey, tut denn so bummsen, ne? Da kriegst du meine Vorschläge in den Arsch. Da ist der Weg nicht nur so halb kaputt. Ja, es stimmt. Ne Werkbank. Da sind wir permanent die Häschen. Ne, das ist ja ohne Workbench, sondern wie heißt das Behinderte-Ding? Ich vergesse das immer wieder, wie heißt das Ding denn? Project Tableau oder was? Nein! Diese... Hohoho. Wollt es gehen? Mann, wie heißt das Ding denn? Ich krieg Krebs. Wie heißt das... Oh, Crafting Table, alter. Ne, Crafting Table. Ich hab's gerade... Ja, ich vergesse das immer wieder. Ich wäre so... Ein Crafting Tableau. Ja. Beste Leben. So. Übrigens, Martin, was ich dir mal sagen wollte. Es gibt auf Heif eine neue... Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, eine neue... Spiel... Oh. Das war vielleicht ein bisschen viel Gold. Ich glaub gar nicht, ich selten nicht auf Heif bin. Ich bin mittlerweile relativ oft, weil es eigentlich schon Spaß macht. Auf jeden Fall, ähm, gibt es auch so eine neue Spiel... Dings. Und zwar nennt dies sich... Ach, leck mich doch am Arsch. Ne, so nennt dies sich nicht. Aber die nennt sich Blockparty und ich finde das eigentlich voll geil. Das war mal ein geiles Spiel. Leck mich am Arsch. Genau. Die nennt man einfach ein Spiel und nennt es leck mich am Arsch. Ne, das Spiel heißt Blockparty. Und Sinn und Zweck... Ist Lutschenmeister? Sinn und Zweck ist, äh... Du hast halt so eine Fläche... So eine Tanzfläche und das sind halt so Farben drauf. Viele bunte Farben, äh... Auf jeden Fall, sind alle schwul, ne. Aber du hast dann so einen Inventor zum Block und äh... Boah! Alter, verheirr. Ach, doch, das kenne ich. Seitdem ich war auf vier Spieler, schreck ich mich von jedem... Scheiß, was? Ohne ist es doch gar nicht. Bei Heifstädter Immunohi. Immo. Gut, nun war alles ein anderes, auch wo ich sowas eh nicht mal gesehen habe. Wo dann der Boden verschwindet oder was auch immer. Ja, das hab ich schon mal irgendwo gesehen. Wer tut den Charmernamen nicht? Äh... Kackfratzete! So, hier erstmal alles rein. Ach, die Heet-Wend-Schwuld-Dinger, ne, die pack ich jetzt so mal. Weg. Ich kann jetzt noch Scheiße mit dem Ding veranstalten, aber ich glaube, ich lass das lieber. Zum Schutz aller Betre... Ist das dein Ernst? Weiner? Ey, du willst mich doch verarschen, ne? Ey, kotzt mich das an! Verdammte Scheiße! Können diese Arschgeburten nicht einfach mal einmal meine Bude in Ruhe lassen? Nee, da muss natürlich das ganze Glas weggeballert werden. Beste Leben! Junge, diese Arschgeburt... Ich will keine neue Tür, du fettes Kind, Alter. Scheiße, cool... Cool, da ist einfach ein Zombie drin! Hör, guck mal, was ich jetzt mit dem Macher... Ah, du brauche verbrennst! Ah, du bist ein Opfer! Ah, du bist ein Zombie oder du? Geil. Ne, der Zombie! Wow, 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 wow! Peace, Bruder! hoch ihr macht kein pierce ich bin ab nein Ja. Nee. Nee, Leute. Nee. 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 Was ist denn? Hab ich keinen Bock drauf. Nee. 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 Was zum Teufel machst du? So, ja. Nee. Wie heißt das Ding denn? Na gut, ja. Nee. Was zur Hölle machst du? Nee, wirst du sehen? Nee. 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 Hab ich keinen Bock drauf. Nee. So. Jetzt leck mich am Arsch. Nee. So. Leck mir doch die Eier. So. Nee. Und jetzt hier auch noch. Nee. Nein. Oh, oh. Das geht schief. So. Nee. Hab ich keinen Bock drauf. Boah, ich hab ihn jetzt schon zum dritten Mal getötet. Der dreht bestimmt Licht um. So. Nee. Kann jetzt dieser schwule Creeper reparieren? Was betreibst du eigentlich? Ja, wirst du sehen. Nee. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich freu mich heute schon auf diese Folge. So. Dieser Arschgeburt. Wisst du was? Wisst du was? Wisst du was? Einfach, weil ich's kann, ne? Einfach. Einfach, weil ich's kann. Wisst du? Daran sieht man ja, dass du's kannst. Einfach, einfach, weil ich... Nee. Ich freu mich auf diese Folge. Ach ja, das macht schon Spaß. Ein Glück haben wir das Zeug gefunden. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht so viel Spaß. So. Der hat die Granate kassiert, der Typ. Du arm, Junge. Jetzt gibt's in die Schnauze. Nee. Ich hab da keinen Bock drauf. Nee. Ja, ich mach dich. Der nächste Skill ist noch... Was machst du? So. Nee. Ich hab da keinen Bock drauf. So. Boom. So. Nee. Das kann man nicht ausleuchtet. Wenn das passiert, was ich denke. Nee. 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 Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. So. Dieser Arschgeburt. Ich kann mich am Arsch lecken, ne? Ich mach so viel für die Mistgeburt. Aber nee. Nee. Die? Nee. 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 Hab ich keinen Bock drauf. Nee. Ui. Jetzt zieht so ein warmer Luftzug hoch. Unterm Tisch vor. Was? Nee. Nee. Ich frag einfach gar nicht. Nee. Ich spiele jetzt GTA San Andreas. Auf heute den Keks. Ich freu mir ihn. Ich hoffe, ich spiele es noch. Och, nee. Weißt du eigentlich, wie man das... Ich mach jetzt die ganze Welt kaputt. Nee. Nee. So. Das Ding. Kommt jetzt hier drauf. Dass du dich mit San Andreas auskennst, oder? Nee. Nee. Ich hab da keinen Bock drauf. So. Ja, ich frag ja nur. Haben wir ja noch vier Minuten. Was mach ich denn jetzt nach diesem Anfall, den ich gerade hatte? Och, der Anfall war eigentlich ganz nett. Das sieht ja schon scheiße aus, ne? Aber jetzt muss ich das ganze Spiel von vorne spielen. Och. Speicherstände weg. Na, das Spiel ich einfach investiert. Ich wollte mir vor kurzem GTA San Andreas kaufen, weil das auf Steam nur noch 3,99 Euro oder so gekostet hat und ich das noch auf meiner PSF-Karte. Da hab ich es mir gekauft. Aber das ist leider schon vorbei gewesen. Ich hab das Spiel zwar schon hier auf so einer CD, aber... Ich will sein, wir haben Spiele hin und wieder öfters mal. Kann. Er kauft sich einfach das Spiel zweimal und zwar weißt du, warum mal er es kann, Alter. Ich will nicht immer die CD rausziehen, das ist blöd. Aber dafür 10 Euro bezahlen, genau. So cool bist du, Alter. Bin ich rational? Glaube ich nicht. Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also so wirklich so null. Also null. Minimal. Ganz, ganz, ganz. Null. Negativ. Genau. Für. Für. Äh, GTA. Infestation Survivor Stories. Auch geil. Ist der gerade aus? Interessant. Okay. San Andreas kostet immer noch 9,99 Euro. Einmal sind wir nicht. Neunäunzig. 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 Neunäunzig läuft bei dir. Stimmte schneller nach auch Zeit. Ist der jetzt mal eher Maus dem Raus gerne mal weiter. Weiterspielen, ey. So. Nee, ich hab da keinen Bock drauf. Porto kann ich eigentlich berichtet ich probiert man will mit der Porto Garnon und schaust 2 für 3 4 was ist das für ein Spiel Prozent im Prinzip auch so eine Art Schulte aber das Geile ist man hat da so ein Seil das kann man abschießen da mit zwei zusammenheften quasi und die werden dann gegeneinander geknallt das ist nicht lustig warte mal kann ich mich damit eigentlich selbst oh oh man ich bräuchte mehr Geld auf dem Konto ich hab kein Geld ich wünsch mir echt so eine Gravity Karn ich wünsch mal LOL NEIN 2 Scheiße Scheiße ach leck mich doch am Arsch jetzt habe ich mein Amboss kaputt gemacht wie hast du das? wirst du dann in der Folge sehen leck mich doch am Arsch du hast ihn irgendwo runtergeschmissen stimmt? ich hab keinen Bock mehr auf die Kacke ich wollte doch noch ein bisschen mit der Portal Gun spielen frag einfach nicht mit der Portal Gun? ja so NEIN ich will denn da hin du du also so kurz tot 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 Kürtel mit zu noch auf Kürtel ich bin gerade ein bisschen mit der Porto und macht echt Spaß und das ist das hier und da was kaputt geht Klinik macht er nicht so ich mal so ein ganzer MFSU anpacken und dann mal würde da dann seine Energie behalten ist eine Maffee dran ich kann die Dinger immer bewegen schade ich dachte man könnte Kisten nehmen und dann dachte ich auch wir wollen nicht schade nein ich will fliegende Grafting Table der ist ja schon fertig ups läuft bei dir irgendwie nicht kann ich auch jawohl den kann ich auch bewegen ach cool da kann man immer durch die Musik zu laut Musik zu laut okay liebe Leute das war es jetzt in den Schatten ich hab da kein Bock drauf mir reicht's heute ich hab da kein Bock drauf ne ich hab da kein Bock drauf ne ne so würde ich sagen tschüss liebe Leute und ja bis zum nächsten Mal tschüss dass